Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2.2. Ich gehe jetzt wieder zurück Richtung Bergen-Oberbayern und bin jetzt im Wald. Hier hört man einfach rauschen auf der rechten Seite. So und jetzt werde ich einfach weiter gehen und ja, ich gehe jetzt auf dem Fußgängerweg und jetzt mache ich einen Abschnitt und dann gehts weiter. So, ich gehe jetzt weiter und die gute Britta, die wir heute sehen. Ich gehe jetzt weiter. Ich denke nicht, wo ich kam. Ich komme hier gerade jetzt. Ich gehe jetzt weiter. Also bleibt bitte bis zum Ende des Videos dran. Also, wo ich vorher war, ich war bei Bad Adel-Holzen. Also irgendwo ist da ein Dorf, wo Adel-Holzen nachher gestellt wird. Und jetzt geht es auch um Saftschwein, die werden auch raus mit der Reihwasser gemacht. Bei Adel-Holzen nachher Fabrik. Ja, jetzt gehe ich weiter. Wie ihr sehen könnt, und ich mache kurz einen Abschnitt und dann gehts weiter. So, ich gehe jetzt weiter. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen nach unten. Ja, hier ist eine Mauer auf der rechten Seite. So, ich gehe jetzt weiter, ich gehe jetzt einfach ein bisschen nach unten. Ja, hier ist eine Mauer auf der rechten Seite. Kletzung hier ist da vorne. Dann wird immer noch Basch. Dann wird immer noch einen Bach rauschen. Wasserfall gibt es hier auch noch. Ein Bach. Sehr genau. So und jetzt gehe ich mal weiter und es geht auch weiter mit meinem Video und hier sind noch Pflanzen. Ich gehe jetzt weiter, also weiter nach vorne, wie ich sehen kann. Gut, also bei mir dauert der Weg 30 oder 40 Minuten, dass ich hier angekommen bin. Ja und dann werde ich oft immer Abschnitte machen. Ja, genau. Ja, ich gehe jetzt weiter, wie ihr sehen könnt, auf dem Weg. Ich werde Teil 1, Teil 2.1 und Teil 2.2 hochladen auf meinen YouTube-Kanal, damit ihr die anschauen könnt. Gut, ich gehe jetzt weiter, mache einen kurzen Abschnitt und dann geht es weiter. Hier ist der Bodenbach. Wasserfall. Ja, so sieht er aus. Ich gehe jetzt weiter. Ich bin jetzt im Wald und gehe ich da vorne. Hier. Ja, ich bin im Wald, wie ihr sehen könnt. Hier. Ja, jetzt bin ich im Wald drinnen. Ich gehe jetzt weiter nach vorne, Richtung Bergen. Ich bin im Wald drinnen. Vielleicht dauert es, ich glaube es ist nicht so weit. Jetzt 30, 20 Minuten. Ich gehe jetzt weiter, mache jetzt einen kurzen Abschnitt und dann geht es weiter. Also, bleibt bitte bis zum Ende des Videos dran. Also, bis gleich. So, bei der Straße werde ich jetzt auch einen Abschnitt machen. Weiter auf der Straße ist es echt gefährlich. Also, ich muss hier so recht aufpassen. Hauptautos kommen. Muss ich erstmal nach links. Bis schon. Und jetzt ganz schnell drüber. So. Das war ich. Das war knapp. Ja, ich bin jetzt im Wald und gehe jetzt weiter. Bleib wieder bis zum Ende dran. So. So. Ich bin jetzt. Ich gehe jetzt weiter nach Brunnen. Wie ihr sehen könnt. Ja, bei mir dort auf der Weg machen wir 20 oder 10 Minuten. Also ungefähr. Ich gehe jetzt weiter. Wie ihr sehen könnt. Hier ist ein kleiner Dach. Wie ihr seht. 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 Ich gehe jetzt weiter. Ich zeige euch links den Bach. So. Wie ihr seht. 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 Wälder, also Bäume. Hier jetzt weiter. Entschuldigung, das war mein Handy. So, ich war jetzt ein kurzer Abschnitt und dann geht es weiter. Das vielleicht. So, ich gehe jetzt weiter. So, wie ihr seht, kurz gehe ich jetzt weiter. Ja, ich bin fast in der Nähe, also zwischen Bad Adelholzen und Bergen. Da bin ich ja fast dazwischen. So sieht die Landschaft aus. Hier fährt ein Auto. Das kann man hier genau sehen, weil es eine Straße ist. So, ich mache einen kurzen Abschnitt und dann geht es weiter. Bis gleich. Ich gehe jetzt weiter. Bis soweit habe ich noch Bergen. So, und jetzt gehe ich weiter. Mal machen kurz einen Abschnitt und dann zeige ich euch erstmal die Aussicht. Bis gleich. So sieht die Aussicht aus. Also, wie ihr sehen könnt. So sieht die Aussicht aus. Ich zeige es von links nach rechts. So, und dann gehe ich jetzt weiter. Und jetzt mache ich wieder einen Abschnitt und dann geht es weiter. Und mein Video. Bis gleich. Jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich schon mal weiter, wie ihr sehen könnt. Jetzt machen wir mal die Aussicht, was ihr sehen wollt. Ich gehe jetzt weiter. Und zeige euch auch den Rest. Und dann werde ich mich ja von euch sagen. Hier ist eine Kapelle, die ihr sehen könnt. Und dann, ja. Genau. Hier ist eine Apfelbaum. Hier sind die Apfel. So, das war jetzt so reif. Warte mal, nix. Warte mal nix. Warte mal, nix. Äh, so kann man, ach nee, jetzt ist es schlecht. Weil jetzt kann man nicht so gut sehen wie irgendein reif. Aber, kann man nicht so gut sehen auf meiner Kamera wegen Sonnenlicht. Aber ihr habt schon gewusst, dass da fällt. Ich konnte ja nur ein bisschen erkennen. So, das war's mit meinem Video. Also, mit dem Teil 2.2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch sehr gut, wenn euch das Video sehr gut gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, ja, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst, ja und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Videos findet, ja und dann sage ich euch schonmal tschüss und bis zum nächsten Mal, tschüss!